Ja, wie soll ich das denn... Dann kommt es dir gerade entgegengerollt. Von hier. Oder von da oben. Keine Ahnung. Warte mal. Nee, kommt es nicht dran. Damn it! Warte mal. Geh mal auf den Weg. Puh, die du. Fliegt der da dagegen? Ja, okay. Bäm. Bäm, jaja. Ja, ich muss da rüber. Lass mich mal da dran. So. Am Gegenstück. Da, da. Was? Wo? Da? Da kann ich nicht dran. Guck mal. Da oben hin. Ah. Da. Links. Ja, mega. Das hat... Yay! Bäm. Zack. Und tschüss. Das muss in die andere Richtung fliegen, aber... Ich meine, hier ist auch noch eine Wand. Guck mal, da. Ah, nee, nee, nee. Ist schon richtig so. Pass auf. Bin ich ja mal gespannt, ey. Achso, du... Ah ja, okay. Alles klar. Jetzt kommt er. Und weg! Obwohl, er wäre da drüben rausgekommen. Okay, nice! Was? Nice. Der wäre durch das Portal gerollt. Ball. Passt. So. Was hast du da? Die zwei wahrscheinlich, ne? Ja. Ich hab dir eins. Wir müssen's... Pass mal auf. Ich nehm das mal weg. Und dann ist das doch schon mal awesome, ne? How cool is that? Wir müssen da durchfliegen. Und zwar zeitgleich. Wie machen wir das? Ne, da brauchst du gar nicht weiterzugehen. Sodass wir uns hier in der Mitte treffen. Also, einer muss durch das Portal fliegen. Der andere muss durch das Portal gegenüber fliegen. Und dann treffen wir uns in der Mitte und können reingehen. Oder so. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir nach da oben und fallen da durch? Ah ja, ich seh schon. Das ist doch voll easy, man. Look at that shit. So. Ah, ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen das nur gleichzeitig machen. Jetzt... Was hab ich denn hier? Das hellblaue Portal. Äh... Hellblaues Portal ist hier oben. Ist egal. Wenn ich eins wegnehme, ist das andere weg. Okay. Gut, also. Bist du an der richtigen Position? Ja, du musst jetzt, äh... Ich weiß. Moin. Yes, guck. Easy. Fuchtle doch nicht so herrenlos herum. Ich weiß nicht. Ja, hast gehört. Wo ist die Dix? Security Dix? Betten, ich find's als letztes. Äh, nee. Du wirst es schon zuerst finden. Was, die Dix? Ey. Jetzt explodieren wir wieder. Juhu. In Kürze wird das Wort Bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitsgrund lautet 5. So, jetzt kommt der Federabschnitt, ne? Aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere, nun. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Ah! Ah! Okay, let's go! Oh, hier ist aber eng, äh, wuhu! Ähm, 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 alles klar. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Das gefällt dir nicht, Klados? Na dann, what? Okay, juhu! Hinter dir. Musse setze. Blue, mach dich nicht lustig über Orange. Niemals. Äh, lol. Bitte was? Will ich nie tun. Oh, oh. What? Ja, du musst jetzt da runter. Was wird passiert, wenn ich auch runterkomme? Ich weiß nicht. Jetzt kannst du es gerne probieren. Mw. Will ich nicht. Warte, ich muss das richtige Portal hier setzen. Ah, fuck! Ah, komm schon! Wenn ich sehe, wie ihr euch gegenseitig sabotiert, stammt ich für eure Freundschaft. Oder? Ne, dunkelblau muss ich setzen. Dann kommst du hier rüber geschwebt. Du musst nur noch einmal da durch. Du musst jetzt mal hier hinsetzen. Kann ich nicht. Doch. Geh mal an deine Tür. Ich kann da nicht ran. Ach. Ich bin... Ich geb den Strahl doch überhaupt erst. Du musst da hoch. Dann kann ich setzen, weil sonst fällst du runter. Verstehst du? Nee. Weiße. So, jetzt. So. Ach, da ist ein Portal. Ja, Mann. Jetzt fliegst du direkt in den Ausgang rein. Guck mal. Oder auch nicht, wenn du da hängen bleibst. Tschüss! Abtransportiert. Spätestens Schluss, wenn du durch... Nein, nein! Ja, Spaß vorbei. Hey, wie wäre es, wenn du dir die Stacheln da hinten mal genauer abbruchst? Nein. Nien. Das heißt Pee-Babbi. Ja, danke. That's right. Äh, tschüss. Hat sich grad zersmashed? Ich glaub's ja wohl nicht. Das hast du genau richtig vorhergesehen. Ja, siehste? Hab ich. What? Wo muss ich denn den Mist platzieren? Ah, ja. Scheiße. So. Und so. Jetzt fliegst du genau rein. Oder? Ja. Tschüss. Tschüss. Aber was jetzt? Super. Ne, ich glaube, das hätte ich noch ein Stück weiter nach da setzen müssen. Guck mal. Ah. Ja, genau. Ja, genau. Lass doch mal das Portal, Mann. Was ist los mit dir? Oh Mann, ich fass es nicht. So. Und dann. So. Jetzt kannst du. Ich glaube, jetzt fliegst du, jetzt fliegst du durch. Bei der Kammer steckst du gerade fest, okay? So, jetzt kannst du irgendwas machen. Balls. Super. Ich kann ihn transportieren, Mann. Ja, aber wie? Ah, ich weiß wie. Tisch. 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 Wo? Wo ist er? Wo fliegst du hin? Bye. Ne, warte. Warte. Ähm. Ist da offen unter mir. Wer hustet denn da ständig? Mein Vater. Ah, okay. Shut up. Nein, Quatsch. Ich sehe halt nicht, was du machen kannst. Ist keine Ausrede. Knopfdrücke. Ah ja, Knopfdrücke. Indeed. Knopfdrücke. There you go. Guck mal. Da ist was aufgegangen. Siehst du das? Ne, siehst du gar nicht, ne? Pass mal auf. Äh. Hellblau. Kommt. Da. So. Ah. Liegt er da durch und bleibt gleich da hängen. Ich glaube, der muss da hinten an die Wand gepresst werden. Brich, du musst jetzt hier ein Portal durchsetzen. Wenn das da überhaupt geht. Ich glaube, der ist zu weit auf... Der ist zu weit links. Guck mal, auf der anderen Seite das Portal nochmal setzen. Äh? Da. Dann fliegt er durch. Äh. Ja. Dann fliegt er durch. Aber doch, er geht mit dich rein. Und er bricht das und öffnet die Tür. Nice. Äh, der geht doch mit euch rein, wenn das Portal richtig platziert ist. Und ich will, äh, bauen. Orange wirft dich zurück. Wenn der richtig reinkommt, mein ich. So, jetzt ist es raus. Orange wirft mich zurück, habe ich gehört. Äh, und du? Ah. Du denkst, dass du im Engl schon länger bist. Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Was? Hä? Weil ich cooler bin. Was zur Hölle vibriert hier so? Was hast du aktiviert, verdammt? Also, das Ding. Das Ding hier vibriert. Das Ding? Hier da. Ah, ach so. Ja, sonst wäre es ja nicht tödlich. Ja. Exactly. Das kam hier gerade angefahren. So, ich weiß, was du richtig machst. Nothing? Ähm, ähm. Ah. Look at this. Why should I look at this? Dann mach ich's halt selbst. Well done, well done. Nichts machen, nichts machen, nichts machen. Nee, nee, ich weiß, was du vorhast. Ich wollte dir das gerade machen, aber gut, mach du's. Du musst auf den Knopf gehen. Ja, ja, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, äh, Moment. Und so machen, dass ich in das, äh, 3 reinfalle, also, du machst einen Countdown und dann machst du, äh, da dein Portal land und ich mach eins unter mir. Ähm, ja, du kannst dein Portal schon setzen. Nee, mach du erst eins. Ich will da sicher landen. Wo soll ich's hinsetzen? Da? Da. Da. Sicher? Ja. Okay. Fisch. Wow. Das ist das falsche Gesetz, du, Bubi. That worked. That worked indeed. I know. Nein, das war keine Absicht. Bist du bereit, Dorbe? Jo, alles klar. Go. Tisch. Drop me, dead. Nee. Pfff. Du hättest ruhig rumbleiben können. Nee. Das ist total unnötig jetzt. Nee. You know. You know. Nee. Nö, nö. Ah. Äh, ich bin grad so rausgeflogen. Passt doch. Jetzt musst du dein Portal unten setzen. Ja. Und ich meins. Ja. Also ich setz. Drei, eins, go. Super. Deswegen hab ich gesagt, bleib oben. Jetzt bleib auch oben, weil wir gehen nicht gleichzeitig da durch. Ist doch logisch. Ist ja doch logisch, ey. Dann setz du mal dein Portal da unter mir. Jihau. Na also. Ist ja doch logisch, ey. Die. Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Warum nicht? Stehst du in der Engel? Ja. What? Ich hab in deine Kammer geschissen, so. Let's go. Und wie riechst du da drin? Stinkig nach Öl. Das war's für heute.